Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz, nicht satt, das schafft kein Essen mehr. Grundlings 2, 3, Grundlings 2, 3, wo der Platzgenosse ist, treib ich ein in die Arbeit, weil du ein Einheitsrat, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er auch noch Geider und Schuhe, es macht ihn ein Geschwätz, nicht satt, und auch kein Trommeln dazu. Grundlings 2, 3, Grundlings 2, 3, wo der Platzgenosse ist, treib ich ein in die Arbeit, ein Einheitsrat, weil du auch ein Arbeiter bist. Weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er stiefen im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keine scharfen Seh'n, und über sich keine Herren. Grundlings 2, 3, Grundlings 2, 3, wo der Platzgenosse ist, treib ich ein in die Arbeit der Einheitsrat, weil du auch ein Arbeiter bist. Weil der Prolet ein Proletist ist, drum kann ihn auch ein anderer befreien, es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Grundlings 2, 3, Grundlings 2, 3, wo der Platzgenosse ist, treib ich ein in die Arbeit der Einheitsrat, weil du auch ein Arbeiter bist. Wir haben, ohne dass ich das vorher betont habe, einen Wunsch von Hans Eisler bedacht. Er hat an den Marcel Rubin geschrieben, ich warte, ob ich es jetzt finde. Ja, dieses Lied soll sehr einfach gesungen werden. Keine Brüller, kein falsches militantes Geschrei, nicht zu rasch, nicht zu langsam. Das haben wir gerade gemacht.